Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung für den G-Trans, nach wie vor Version 2.02 Beta Revision 865 und wir spielen mit Kill Bill, hallo, und wir spielen mit der Mary, hallo, so, falls sich die Zuschauer wundern, ob ich hier ein Raumschiff aufnehme, nein, das ist das Walkie Talkie von Kill Bill, wir machen ja CD, CB Funk und da passiert sowas halt mal. Genau, ist immer noch aktiv. So, und jetzt kämpfen wir erstmal gegen die eisigen Fischer. Nein, nein, Poseidon. Pluboblaze. Da hieß in der Poseidon irgendwie, die ist da. Weiß ich nicht, tut mir leid. Uff, Glück gehabt. So, ist das jetzt hier schon das Labyrinth? Ja. Okay. Wahrscheinlich. Sollte ich mir mal langsam aufschreiben, wo wir lang gehen haben? Dann mal einer gucken, wie die Fischer heißen hier. Schluck, Schluck Poseidon, weiter konnte ich nicht lesen. Poseidon Kröte stand da. Okay. Und das andere, äh, dieses Hupen, der Ding ist eine See, sehe irgendwas aus. Dann rechnen Sie mal. Nein, nur See und der Mona. Äh, müssen wir mal gucken, ob die Namen passt. Ein, die, meine, 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 meine... So, ähm... Woher jetzt? Wie lang. Okay. Da wir ja wissen, dass wir nach Westen müssen, gehen wir jetzt bestimmt genau den verkehrten Weg, weil der direkte Weg ist, ist das, äh, kann ja nicht der richtige Weg sein, der direkte Weg, ne? Äh, auch, ja. Äh, auch. Ja, mach auf hier. Mit deinem Hoducken. Juhu. Gibt Gas. Niemals. Poseidon Schöpfer. Juhu. Juhu. Hau. Fleisch-Echse, ne, Fisch-Echse. Eine Fleisch-Echse. Hattest du das andere noch gelesen? Nein. Okay. Ah, den blauen kennen wir ja schon. Weiß du nicht, vielleicht heißt der hier andere, deswegen wollte ich ja gucken. Nee, also der gleiche Gegner mit zwei verschiedenen Namen haben wir ja, blöd. Uh, schuldig. Deswegen, schau'n. So. Fisch. Sehr gut. Ey, lass mal umgehen, ich klappte auch mal. Oh, oh, okay, das ist ja auch nicht. Das ist ja auch nicht. Das ist ein Labyrinth, von daher, das ist ein Gefangenen. Oh, falsch. Stell dich mal vor, wir wären hier nicht komplett reingegangen. Ja, dann wären wir jetzt muss. Ja, dann hätten wir so was von was verpasst, ne? Ach so, ja. Mich so brauchst du. Seeslange heißt es, tup'n Teil hier. Ja, wenn wir das nicht ganz genau wissen, dann können wir auch so tun. So, und dann Fisch, Echse, Seeschlange, Fisch, Echse, Seeschlange, bester Bescheid. Ah, okay. Ist mir jetzt gerade eingefallen. Bin ich nicht clever? Ja, geil. Sehr clever. So, ein Ausgang. Schnell weg hier. Wow. 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 Schon wieder Level. Weil ich, weil ich, weil ich, weil ich cool bin, wahrscheinlich schon. Ist okay. Was nehmen wir jetzt? Na, Acry, Acrylität. Da hast du recht. Kielbill steigert seine Aggressivität. Ach. So, jetzt aber nach unten, ja. Jetzt zack, gefangen. Wahrscheinlich, ja. Aber es wird mal interessieren, ob die Seeschlange auch schon im ersten Teil gab. Äh, ich kann mich zumindest nicht erinnern. Okay. Also sieht er aus wie so ein Seedrachen oder, oder ein Seepärschen. Ja. Ein Landseepärschen. Ein Landpärschen. Weil ich würde anstatt Seeschlange eher, also über Seepärschen oder so schreiben. Seepärschen, bitte. Oder? Seepärschen ist okay, oder? Ja. Ich glaube im Englischen heißt, die heißen die wirklich Seeschlange. Übrigens, wir haben gerade Timeouts. Kielbill ist raus. Ja, euer. Aber es geht noch. Noch geht. Ja. Geh. 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 Da war's nicht. Pause, Roy. So, ne. Ne. Es steht bei mir im Serverlock-Kielbill. Got too many timeouts. Leaving game. Können du noch spielen? Ja, wir können noch spielen, aber wir ruckeln wie sauer. Sollen wir zum Speicherboden? Ne. Ja, rennt mal zum Speicherboden. Ja. Mir sind gerade gefangen, es tut mir leid. Ja. Ich habe hier Bild. Du kannst jetzt hier nebenbei ein bisschen mitmoderieren. Ne. Nein, nein nicht. Du machst einfach einen Kader und schneidest. Geh mal schnell zum Speicherboden. Das ist so ein Spielborn. Und? Ja. Das geht, das geht, das geht, das geht. Das geht, das geht, das geht. Das geht, das geht. Das geht, das geht. Das geht um ein Stückchenweise. 100 Rapunen und irgendwas. Okay, spielt mal schnell zum Speicherboden. Ja. Oh, Mary kriegt ein Level ab. Boah, was wir jetzt für unendlich riesengroße FPS hatten. Das war voll krass, das waren so ca. 120. Wo läuft es da eigentlich hin? Ich kapiere das nicht. Ich glaube, wir sind etwas desynchron. Ne, ne, du bist hier, du hast die ganze Zeit auf die Gegner eingeklöppelt. Ja. Gar nicht wahr. Also, es sind alles desynchron. Ist okay. Fick, wenn irgendeinem Speicherboden ist das Teil. Ich kann nicht mehr. Jetzt ist komplett vorbei. Also, wir sehen uns dann gleich wieder. Ne, hier auch immer nicht lang. Doch, hier sind wir lang. Hier sind wir lang. Hier waren wir gerade. So, wir sind wieder zurück, Leute. Stimmt gar nicht. Doch. Nein. Wo es abgeschmiert ist. Hier waren wir. Sicher. Nimm auf. Mach ich doch schon. Das ist dann... Oh, Mary Kippel hat es jetzt auch mal ein Bonbon verdient, ja. Oh. Ich habe da stehen die Idee. Nein. Das kann nicht sein, oder? Also, bei mir ruggelt es auch. Hat auch kurz geruggelt. Kein Problem. Das ruggelt einfach bloß. Ne, das ruggelt nicht nur einfach bloß. Ne, das ruggelt nicht nur einfach bloß. Ich sehe schon wieder Time aus, hier auch mit zu rasen. Das sind noch synchron, Alter. Guck mal einfach mal weiter hier. Guck mal da, geht noch. Ja. Ein Prügel. Auf, Freizeitung. Gipi. Boah, nimmst du ab, ja? Ja, ich bin aber verschluckt. Jetzt bin ich nicht mehr verschluckt. Ich bin verschluckt. Okay. Ja, mich hat der Dino eingesaugt. Das ist voll der Yoshi. Ach so, ja. Ich dachte mich auch schon dabei. Oh, ne, jetzt müssen wir gegen einen Baum kämpfen. Oh, guck mal, da sind die Mini-Dinger. Das ist so eine Mini-Typi-Statue. Ja, genau. Ob wir da mal reingehen? Da kann man nicht. Ja, warum nicht? Wir kommen da nicht hoch. Das ist so eine Götzen-Statue. Aber ich will da hoch. Ja, geht nicht. Vielleicht geht das jetzt Mini-Typ. Nein. Warum rennt sie zurück? Weil es nicht geht. Ach so. Ich hab's mal ausprobiert. Ist ja auch geil gewesen, wenn... Ja, eben. Warum stell dir da so eine Statue, wenn man da gar nicht lang kann? Warte mal, ich muss kurz unter mich kämpfen. Ich muss eben meine Dame weiter laufen lassen. Warte mal. Gut, Start. So, jetzt haben wir auch die Zeit gepuffert, die ich auszusehen den zu lang laufen lassen habe. Das ist meine scheinbar, du fehlst aber ganz schnell. Aber mega schnell. Ne, da komm doch, Mann! Bäh! Und, was ist ja? Ja, die sind dann lang? Unrecht und hoch, oder? Ja, da waren wir doch gefangen. Ja, stimmt, wir waren gefangen. Okay. So, das heißt, wir müssen jetzt wo lang? Oben rechts sind wir auch gefangen. das ist ja auch jetzt wo du sagst eine besondere stelle nicht für ich fahrt man die vermutung wir gehen einfach mal ganz rechts so weit wie ich kriege jedes mal ja dem mega schreck nein ich sage das ist das für ein ich musste unbedingt neu aufsetzen muss das die woche machen wie du magst weiß ich nicht um ein level ab marika to many timeouts marie schlug heute sind wir besonders schlimm kann das sein das kommt wir gehen noch schnell speichern ganz ja es geht man speichern hui hui und dass die dinge anruhe ja ich lasse wohl das ist ein schönes standbild wunderschön fliegende knochen und so nein wir sind noch da wir sind noch da ok ja man kann doch sowieso nix machen die ist doch aus gut ich warte bis ihr gespeichert habt ich mach auch nix hier was oh du bist auch kind geh weg es geht nicht weg das kind verdammt verdammt geh da weg, geh da weg, geh da weg, lass laufen, lass laufen geh da weg kribbel komm schon wir sind drin, wir sind drin, wir sind schon mal drin ich freue mich schon auf das video, das kann ich nicht sehen nein, f*** speichern, ja wir haben gespeichert jetzt wäre unser spielstand gar nicht kannst du das nicht synchrone lassen? aber da dauert es mit länger, ne? wir müssen jetzt mal reden, dass das das save game schnell schicken, aber das machen wir ok, bis gleich ich habe jetzt ein paar voll, oder? nö 10 Minuten haben wir gerade mal, bis gleich bis gleich sooo, Leute, wir sind wieder zurück, wir haben jetzt in der Zwischenzeit eine tolle Strategie überlegt wir versuchen mal in der Nacht, nacht willst du über Nacht bleiben? ja ja und jetzt in der Nacht sehr gut ich weiß nicht warum, du hast gestartet und es hat gefragt ja, ist mir egal, jetzt los, drück jetzt endlich du drückst überhaupt nicht, passiert gar nichts du sollst keinen Verkäufer beobachten, der hat die ganze Zeit gestoppt lass den Verkäufer doch jetzt stoffen ja, es ruckelt ja, es ruckelt ja, es ruckelt ja, das sind bestimmt die 8 Minuten wieder, weißt schon ja, ja, die ersten 5 Minuten ruckeln, um haben wir schon drücken so, willst du jetzt speichern oder willst du nicht speichern? nein ok, los, wir versuchen jetzt einfach mal loszuhatten ooooh, ey, es geht voll offen hier steht schon wieder Timeout, 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 Timeout Alter, ist zum Kotzen hier ist einfach nur scheiß Internet Internet ist kacke kacke, kacke oder kommen wir erst zu einem späteren Zeitpunkt lang wenn wir die Heilige Labyrinth Karte haben oder so nein, eigentlich nicht wir können jetzt alle abklappern nacheinander, wie wir wollen ok ja, deswegen haben wir uns doch auch als Ziel angezeigt ja oh, echt jetzt hier ne, wir kriegen jetzt hier nur Timeout wir fliegen gleich wieder raus, ohne scheiß nein, es läuft, komm ne, es läuft überhaupt nicht ich seh's doch hier, muss ja overlock nicht so pessimistisch sein oh, da war ne Kiste mal ja, scheiß auf die Kiste, ich will ja weiter auf die Kiste, ganz ehrlich, bin ich hier also hier auf jeden Fall nix der ist neu sauberer ja also nachts kommen hier auf jeden Fall neue Gegner das ist doch immer so, dass nachts andere Gegner kommen kannst du dich noch dran erinnern an die Höhle? auf der Karte? was da so geblinkt hat? nö ach komm, klar nein auf der großen Karte nein, ich kann mich nicht erinnern auch Mary, du hast gesehen, ne? ja und es ist ja hier die ganzen Eisfelder von der großen Karte, wenn man so will also war das unten links ja, wir waren ja schon unten links da war doch der Baum vielleicht müssen wir den Baum verzaubern ich muss mir doch irgendwas an der Statue da machen vielleicht ist die nicht umsonst da ja, ich mal und zu, ich will mal ein paar Kisten haben, ja scheiß auf die Kisten, wir haben hier so viel Stuff ohne Mist ich bin auch so ne, äh ich bin im Bereich, wie kaufe das Zeug einfach nein, ich kann aber was cooles drin sein, nix zu uns sammeln ja, aber das ist doch kein Grund, das Bild nicht anzuzeigen oh ja, geil das wollte ich schon immer mal ich wollte schon immer verstandert sein ja, natürlich müsste die Typen jetzt noch alle heilen, du Arsch der geht voll ab, ey der geht ab nee, sind gerade bei mir am Server gerade wirklich Probleme da kann ich zum Beispiel auch den Master Server nicht erreichen daher kommen jetzt bestimmt die ganzen Probleme jetzt hier so ein Problem in der Leitung vom Server ich sehe das ja wir haben ja sowieso unsere Minuten voll ja, wir werden jetzt mit dem Part quasi fertig, aber warte mal, hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben, hier sind wir abgefroren ja und jetzt willst du noch mal was machen? ja, ich bin zu dem Baum gehen und willst du mal gucken, was jetzt der Baum sagt da machen wir eben auch noch Überlänge hier so oh, alter ein bisschen, ein bisschen schöner könnte es hier heute ruhig sein nicht ohne Mist wenn es heute nicht Sonntag wäre, würde ich sagen, das ist Freitag der 13. Center dann da kommt 100 Harpune ja wird 100 Harpune nennen ja, die Harpune heißt die 100 Harpune ja, das ist 100 Harpune heiße Hallo wow wir waren doch vor uns aber im Grunde sind die Linksfonds ziel Mensch, weil ich das kämpfe so kann man nicht, so kann man nicht spielen, ne äh, was hast du getan? ich hab gar nichts gemacht da muss ich, muss ich mal beim Anbieter anrufen, hier die Verbindungsscheiße von euch da so pink hat mir also, mein pink ist nicht deinssatz gut Lauft ihr schon mal weiter? ich schalte mal dem TeamSpeak Server noch aus, ja scheiße Ubuntu, ich muss wirklich die mit draufen PS AUX ich habe ihn gar nicht ausgemacht der lief gar nicht aber irgendwas hast du gemacht denn ich habe nichts gemacht es ist eine aufnahme zu sehen was ich gemacht habe ich habe nur die prozessliste einmal durch die also so ein stück prozessliste geben lassen so sieht sie mir aus leute wir sehen uns dann gleich wieder wenn sie da heißt let's play sind auf meiner 2 der deutsche übersetzung von den g trends schaut mal wieder vorbei bei sns projects.de schaut mal vorbei bei suit of mana 2.de schaut mal vorbei in meinem blog und auf facebook und auf youtube kanal abonnieren drücken und das auch gerne mal grüße dafür damit ihr auch weiter lust haben hier mitzumachen also macht's gut bis dahin und was machst du kannst du nicht spoilern hört ihr habt ihr nichts gesehen wir sind gespannt was im nächsten was passiert tschüss 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 tsch